So Leute, ihr habt ja alle mitbekommen, die Fortnite All-Star Emoji, die sind ja jetzt wieder da, das ist zum Beispiel genau das hier, was ich jetzt bekommen habe, einfach Party-Protzer, gerade bekommen von den Twitch-Trops, wie das Ganze funktioniert, ich denke mal die meisten werden es wissen, ihr müsst halt einen Twitch-Account haben, müsst den Account mit eurem Epic-Accounts verbinden und so dann halt die Drops aktivieren, ihr seht das schon unten, Drops sind nicht aktiviert und dann müsst ihr es halt das Ganze aktivieren, dürfte eigentlich ziemlich logisch sein, ich weiß, das wird wahrscheinlich wieder nicht jeder hinkriegen, aber wer bei Twitch ist und einigermaßen ein bisschen lesen kann, der kriegt das Ganze hin, wie gesagt, ihr seht ja, herzlichen Glückwunsch, danke, dass du dir Fortnite-Inhalte auf Twitch angeschaut hast, deshalb habe ich halt eben genau dieses, ja, das Emoticon wird natürlich wieder nicht angezeigt, da muss ich es gerade nochmal in Dings zeigen, ihr seht gerade, ich habe noch ein bisschen Arena gedattelt, das ist der Party-Protzer, also in dem Sinne euch viel Spaß, gönnt euch, holt euch auch eure Emoticons ab, ich sage immer wieder, ja, viel Sinn machen sie ja eigentlich nicht, aber wenn man hier gerade da ist, holt man sich das Ganze mit, also in dem Sinne, haut herein!